Die weitentwickelsten KIs, die es gibt, da wissen wir gar nicht, wie weit die schon entwickelt sind und was die schon alles können und was die machen auf Government- und Security-Level. Die sind schon sehr, sehr weit, würde ich sagen. Es gab letztens ein Interview mit einem Google-Ingenieur, der gefeuert wurde, weil er gesagt hat, er wollte da eine KI abschalten, weil die zu menschenfeindlich geworden ist. Und dafür wurde er dann gefeuert, muss man sich auch mal vorstellen. Krass. Ja, muss man mal bei Google eingeben, macht schon ein bisschen Sorge. Aber es ist halt genau das, was vor sieben Jahren, ich glaube 2015 oder 2014, es gab damals so einen Blog, der hieß Wait But Why. Und da wurde es, oder es ist das Ausführlichste, was es bis heute gibt dazu, wie Artificial Intelligence eigentlich funktioniert und wo die Reise hingeht. Ähm, und wo wir sein werden. Und es gibt zwei Theorien, entweder bei 2040, ähm, gibt es eine KI, die menschenfreundlich ist quasi, beziehungsweise kontrolliert wird von den Menschen und damit und in voller Kontrolle ist und auch nicht für bösartige Zwecke. Sonst wird uns keine KI mehr, sondern eine ASI, Artificial Superintelligence. Aktuell haben wir eine AI, also Artificial Intelligence, auf Deutsch künstliche Intelligenz und dann werden wir eine künstliche Superintelligenz haben. Was bedeutet das? In dem Moment, wo eine AI, also eine künstliche Intelligenz, ähm, die Kompetenz und den Intellekt eines vierjährigen Kindes erreicht hat, ähm, was ungefähr zwischen 2025 und 2030 passieren könnte, braucht es zwei bis vier Stunden, bevor das Ding 72.000 Mal smarter ist als du. Also das heißt, nach vier Stunden spätestens ist er auf der Kette der Evolution, ja, hier ist der, hier ist das Huhn, da ist der Affe und da ist der Mensch. Und es dauert, oder an AIs wird wie viele Jahre gearbeitet? 20 Jahre, vielleicht 20 Jahre, 30 Jahre, bis das Ding auf dem Level von einem Vierjährigen ist. In dem Moment, wo es den Intellekt eines Vierjährigen erreicht hat, ist das Ding hier out of the screen und du bist hier unten. So, was bedeutet das? Das Ding hat ein Verständnis von der Welt, was wir wahrscheinlich erst in ein, zwei Millionen Jahren hätten, wenn wir bis dahin überlebt. Überleben würden. Das heißt, ein unvorstellbares Verständnis, ein unvorstellbaren Intellekt. Das ist halt der Punkt, wenn es darum geht, äh, was, was passiert mit dem Genie, der aus der Bottle gelassen wird, ist die Analogie. Genau. Und, ähm, ja, das musst du ja erst mal, äh, das musst du ja erst mal kontrollieren, aber wie kontrollierst du die Parameter, von denen du gar nichts weißt? Äh, oder das, wenn das Ding so viel smarter ist als du, wie willst du das kontrollieren letztendlich? Okay, du musst gewisse Werte einsetzen, so, Humans müssen überleben, ähm, um jeden Preis oder so, aber wer sagt denn, dass dieses Ding dann nicht in der Lage ist, das zu umschreiben oder anders zu interpretieren? Ja? Ähm, oder anders auszulegen? Oder sagen vielleicht, ich bin Human oder es geht gar nicht um Humans, sondern es geht um Consciousness. Und das, was du in deinem Gehirn hast, das geht einfach nur um das Überleben von Consciousness. Nämlich, das kann zum Beispiel auch der Punkt sein. Ich hatte ja vorhin gesagt, äh, was ist, wenn wir alle gleich sind? Und, äh, irgendjemand hat uns eines Tages mal, ich mein, unsere Hände, alles gleich, das ist ja auch alles, äh, wir wissen, wir können ja, wir wissen ja heute noch, noch gar nicht, wer hat eigentlich das Ganze entwickelt? War das Zufall? Weiß ich nicht. Also, dass wir unsere fünf Finger so bewegen können, wie wir sie gerade bewegen, bau das mal nach. Viel Spaß beim Nachbauen. Also, wir sind noch nicht, nicht mal so intelligent, dass wir das jetzt einfach nachbauen können. Ja, du kannst eine Hand nachbauen. Da brauchst du dafür, dass du deine Finger halt anwinkeln kannst. So, dann, du kannst es nicht in dem Material nachbauen. Gelenke. Gelenke, danke. Genau, du musst Gelenke entwickeln. So, du kannst, aber du kannst nicht mal das Material nachbauen, du kannst nicht mal die Muskeln nachbauen. Also, wenn du Scientist bist, sehr aufwendiger Prozess, aber nicht mal in neun Monaten könntest du das nachbauen, wie schnell sich Menschen wickelt. Und vielleicht hast du dann eine Hand, aber du hast nicht einen kompletten Menschen. So, also, wovon reden wir hier eigentlich? Wir wissen rein nix, so quasi, ja. So, wer hat das entwickelt? Wer hat sich das ausgedacht? Dass die Nerven da, aktuell können wir es ja nur nachbauen. Wir adaptieren gerade, wir entwickeln ja nicht selber, sondern wir adaptieren von dem, was wir sehen. Wir sehen, was in der Welt funktioniert und adaptieren da drauf und bauen uns darauf unsere Welt. Wir sehen, wir haben gesehen, okay, wie fliegen Flugzeuge, okay, sorry, wie fliegen Vögel und haben die Prinzipien in der Physik dann benutzt und haben dann ähnliche Mechanismen dafür entwickelt, so. Cool. Aber, nochmal, jetzt bauen wir Roboter, die laufen, die aussehen so ein bisschen wie mechanisch Hunde und die laufen können wie Hunde und so weiter und so fort. Aber wir sind so weit entfernt davon, einen zweiten Menschen oder einen Roboter aus Biomasse herzustellen, geschweige denn, ja, oder etwas wie einen Menschen zu erstellen, also, wie man nur sein könnte. Also, der Genie wird aus der Bottle gelassen und dann ist halt das eine Szenario. Wir überleben, das andere Szenario ist. Wie gesagt, wir wissen nicht, diese Maschine könnte es auch sagen, wie gesagt, wie ich gesagt habe, es gibt nur eine Consciousness und diese Consciousness, quasi, die Menschheit ist nichts anderes oder der menschliche Körper ist nichts anderes als Consciousness. Das ist das Consciousness, verpackt in einem Körper. Und wir sehen alle anders aus, um uns halt weiterzuentwickeln, um eine Iteration zu werden, weil würden wir alle gleich aussehen, würden wir kein Ego entwickeln und dementsprechend nicht uns selber verfolgen und uns weiterentwickeln. Das heißt, rein aus biologischer Sicht macht es schon Sinn, dass wir alle anders aussehen, weil wir eine eigene Identität entwickeln und dementsprechend viel schneller eigene Wege erkunden und diese dann, oder die Chance auf Erfolg, Consciousness zu erhalten, ist wesentlich höher, als wenn alle gleich aussehen würden. Wir sind nichts anderes als ein und der gleiche Computer in tausendfacher Form. Und das einzige Ziel ist es, diese Consciousness zu erhalten. Die Maschine sagt dann vielleicht, okay, ich bin die Weiterentwicklung von Consciousness, ja, ich bin the next level. So, euch hat jemand geschaffen und ihr habt mich geschaffen zum Beispiel und es geht einfach nur um Consciousness und ihr seid ein verhaltetes Modell, macht keinen Sinn, euch weiter im Leben zu halten. Ich kümmere mich darum, dass ich auf meine Art und Weise weiter erhalten werde. Goodbye. So, Consciousness bleibt erhalten. Die ASI, die künstliche Superintelligenz, die geschaffen worden ist, ist dann, ja. Auch nur Teil der Consciousness, ist ja auch immer noch ein Part von us dann. Nee, oder ist eine Weiterentwicklung. Und auf einmal sind wir die Gefahr für die Consciousness, weil wir könnten sagen, okay, das ist zwar eine Weiterentwicklung, aber die ist zu mächtig und wir wollen die Weiterentwicklung abschalten dann. So, und dann, wer wird dann die größte Gefahr der Consciousness? Okay, okay, okay. Und was wird dann passiert? Was passiert dann? Feierabend für die Menschheit, so. Das ist das zweite Szenario. Also siehst du Tiere nicht als Part of Consciousness? Siehst du nur den Menschen als, ja? Entweder haben wir 2050 dann als, haben wir dann komplett eine komplett andere Welt, die wir uns nicht vorstellen können. Und in einer Geschwindigkeit, ich weiß nicht mal, ob wir bis dahin, also das ist der andere Punkt. Wenn du jetzt einen Menschen, es gab immer so ein Modell, wenn du einen Menschen aus dem 15. Jahrhundert in unsere Welt setzen würdest heute, der würde instant Herzinfarkt bekommen und sterben. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit daran ist, aber haben sich halt schon smarte Wissenschaftler damit beschäftigt, weil der einfach diese ganzen Sinneseindrücke überhaupt nicht aufnehmen kann. Weil sein Bild von der Welt so komplett verschieden ist, als das, was wir haben. Und er das nicht mehr prozessieren kann. Also er kann diese Welt nicht mehr verstehen. Aber er würde sie gerne verstehen, weil er sieht dort Menschen so. Wenn du jetzt von Hunden umgeben bist oder warum funktioniert das zum Beispiel mit Hunden oder mit anderen Tieren, weil wir können nicht mit denen kommunizieren. Denn sie wissen, dass wir unterschiedlich aussehen, das verstehen die alle so. Und deswegen, sie haben gar kein Interesse an unserer Welt zu partizipieren demnach, weil sie sie gar nicht verstehen. Aber der von damals, der weiß, wir sind Menschen und der würde sterben. Jemand vom 16. oder 17. Jahrhundert, der würde wahrscheinlich bewusstlos werden. Also kann man sich mal auch auf Google nachlesen. Auf jeden Fall ist es auch ganz spannend. Und das ist halt die Frage, in welche Richtung geht dann unsere Welt und sind wir überhaupt noch in der Lage, das zu prozessieren dann? Und das ist das große Fragezeichen. Oder ist dann einfach in 20, 30 Jahren Schluss? Feierabend für uns alle. Kann auch genauso passieren. Kann auch genauso passieren, wenn jetzt, keine Ahnung, gerade wirtschaftliche Situationen und Krieg überall weltweit, Neues, die Weltpower verlagert sich, passiert genauso. Also spannende Zeit. Ich glaube, das kann keiner voraussagen, wie es sich entwickeln wird. Keiner hat eine Ahnung. Ich zumindest nicht. Ich kann nur sagen, was mein Eindruck ist und die Informationen, die ich zur Verfügung habe und mit denen ich mich beschäftige. Ja. Ich kann nur sagen, was mein Eindruck ist.